Eine Million, meine sehr große Zahl. Dahinter steckt ihr. Eine Community. Eine Gemeinschaft. Diese Welt erzählt Millionen von Geschichten und auch reicht eine, um uns zu verbinden. Eine Million Herzen, die gemeinsam für Harry Potter schlagen. Eine Million Wörter, die uns unseren Träumen näher bringen. Eine Million wunderbare Momente, die wir gemeinsam erleben durften. Eine Million Zauberstäbe, die sich erheben, um in der Dunkelheit ein Licht leuchten zu lassen. Eine Million glückliche Erinnerungen, die eine Million Patronnusse heraufbeschwören. Eine Million Blicke in den Spiegel nehergib, der uns die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens offenbart. Eine Million Besuche bei Hagrid, um noch näher verbunden zu sein. Eine Million Hogwarts Bücher, die nur darauf warten, von Hermine gelesen zu werden. Eine Million Podcasts auf Spotify und doch hast du dich für diesen einen hier entschieden. Eine Million Aufrufe und du bist einer davon. Danke für diese enorme Reichweite. Danke, dass ich dein Podcast sein darf.